Was ist Brustimplantate? Brustimplantate sind sehr hochwertige Produkte, aber es sind ganz normale technische Produkte. Natürlich kann auch ein Brustimplantat kaputt werden. Das ist laut Statistik etwa in 5% der Fälle möglich. Je älter das Implantat wird, desto wahrscheinlicher ist es. Die neuen Implantate sind aber insofern sehr, sehr verlässlich und gut. Solange die Hülle intakt ist, kann kein Silikon raustreten oder durch diese Hülle durchtreten. Das heißt, da hat man schon eine sehr hohe Sicherheit und eine sehr hohe Lebenserwartung.